Hallo meine Lieben, ich wollte euch heute wieder ein Haul zeigen, den ich habe bei Doreen Beats bestellt. Das habe ich schon ein bisschen länger da, aber ich habe gedacht, ich zeige es euch und dass ich es dann halt einräumen kann. So, das habe ich mir so, das kam in so einer Box an. Das sind so kleine Fläschchen, so Glasfläschchen. Das sind 60 Stück und die sind 45 x 22 mm. Ja, die wollte ich einfach, dass ich dann hier so ein Häkchen hin mache und innen drin dann ein bisschen so Glitzer rein und auch dann entweder was rein formulieren oder so ein Chart mit rein und das dann so als Glücksbringer mäßig dann irgendwie mache. Jetzt zeige ich euch die Nummer noch. Wie ist es? Gut, dann habe ich mir noch so ein Band gekauft. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das ist Azurblau, geflochtenes Kunstleder. Ich weiß gerade, ist das, ich glaube 10, 10 Meter. Ich weiß das gerade gar nicht, aber Durchschnitt, ne die Dicke ist 3 mm. Aber wie lang ist es, kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann den mal ausmachen. Richtig schön. Weil ich habe jetzt auch so Armbänder und so zu machen. Mir gefallen die Armbänder, die so vielschichtig sind, sage ich mal. Die ganz viele, ähm, oder die aussehen wie mehrere Armbänder. Die finde ich ganz schön. Dazu habe ich mir noch das Band bestellt. Da habe ich jetzt gedacht, das wäre eigentlich dicker, aber jetzt ist es ein ganz dünnes. Aber das ist egal, das kriege ich auch verbastelt. Das ist, äh, hellblau. Ähm, ein Millimeter und ich glaube, ne, da kann ich jetzt nicht sagen, wie viel da drin ist. Hier ist die Nummer. Dann habe ich mir mal eins in Dila geholt. Und dazu habe ich jetzt auch, ähm, nochmal so eins geholt. Aber, ähm, das ist auch wieder so dünn. Ich weiß nicht, ich habe echt gedacht, das wäre ein bisschen dicker. Aber da muss ich probieren, ob das mit dem aufgeht oder ob das gleich kaputt geht. Und das ist einmal die Nummer, was ihr Interesse daran habt. Weil ich habe gedacht, das wäre vielleicht zu dick. Das ist ein bisschen, weil das ist schon ein Unterschied. Ah, naja, muss ich mal probieren. Ähm, dann habe ich mir noch bestellt, ähm, solche Perlen. Die waren im Angebot, die waren runtergesetzt. Also die Preise kann ich jetzt nicht sagen. Da müsst ihr einfach mal gucken, wenn ihr Interesse habt. Ihr habt eben, ich zeige euch ja immer die Nummer. Dann sind das die, ähm, Perlen. Die sind, ich finde die so weihnachtlich irgendwie. Die haben so richtig so Weihnachtsscharme. So in so, ähm, goldlich und lila. Richtig schön. Hier ist noch die, ähm, ja das sind 100 Stück. Und hier ist die Nummer. Der hat mir richtig gefallen. Ich habe gedacht, die müssen nochmal mit. Dann habe ich mir noch, ähm, noch solche Lesezeichen bestellt, weil ich da jetzt super machen möchte. Und da habe ich mir noch mal mit dem Markt und so. Oder auch für meinen Shop. Und das sind, ähm, 10 Stück. Da ist die Nummer. Ich finde es halt, ähm, elegant so, wenn man das dann so nimmt und dann da was runterbaumelt. Ja, mag ich gut leiden. Ist halt mal was anderes wie nur so Papierform. Dann habe ich noch so eine Kette. Ähm, die ist, ähm, 3 x 5 mm, äh, Silberfarbene, äh, Fliederkette, Gliederkette und 500 cm. Das ist auch mal was anderes. So, die Nummer. So, ja, dieses Mal habe ich halt ein bisschen zu Kleingurst bestellt bei Doing Bits. Ähm, ich habe jetzt, ähm, meinen nächsten Warenkorb gefüllt. Und das sind viel, das sind halt mehr Sachen zum, zum, wie soll ich das sagen? Das sind halt mehr, ähm, Sachen, ähm, ja, jetzt fehlen mir die Worte. Ja, das sind halt eher so Materialen und die anderen sind halt noch zum Verfeinern und so. Hier habe ich noch eine Kette in Gold. Ähm, die ist 5 Meter, auch 3 x 4 mm. Habe ich gedacht, habe ich auch noch nicht. Nehme ich auch mal mit, auch mal was anderes. Dann ist hier noch die Nummer. Dann habe ich mir, weil ich gedacht habe, ich möchte mir gerne wieder so Engels, äh, Perlenengel machen. Dann habe ich, ähm, so mir so Engelflügel bestellt. Die kennt ja auch jeder. Ist ja auch nichts Neues, ähm, weil die Nummer noch nicht hat. Jetzt zeige ich es hier. Das sind 50 Stück. Ich glaube, damit komme ich erstmal zurecht. Und jetzt zu Weihnachten ist das so ein schönes kleines mitbringen. Also, dann habe ich mir noch solche, äh, bronzufarbenen Karabiner, äh, mitbestellt. Da ich nur die, äh, normalen habe. Und bei bronzufarbenen Ketten sieht es halt doof aus, wenn dann der Verschluss, ähm, anders aussieht. Dann habe ich mir die auch noch mitgenommen. Das sind, ähm, das müssten 100 Stück sein. Lass mich nicht lügen. Steht aber auch nichts auf dem Zettel drauf. Ähm, 10 mm x 6 mm. Ihr könnt ja mal, hier ist die Nummer. Das steht auch nicht drauf, wie viel. Ja, das müssten so 100 Stück sein. Dann habe ich mir noch, so, Weihnachtsscharme. Das sind einmal solche Tannenbäume. Hier auch. Und so Schneeflocken, ähm, Strümpfe. Und noch so, dann ist noch so ein anderer dabei. Fand ich ganz nett. War, glaube ich, auch runtergesetzt. Auch im Sale. Habe ich es auch mitgenommen. So, gerade für die Weihnachtszeit ist es auch immer immer was Schönes. Dessels. Also, das sind 40 Stück. Und dann die Kamera halten. 40 Stück. Da ist die Nummer. So. Dann habe ich mir, ähm, Da ich bei meiner letzten Dreambeats-Bestellung die falschen, ähm, Cabochons bestellt habe. Ich muss mal gucken, ob ich die gerade finde. Bei meiner letzten Bestellung habe ich mir die Fassung bestellt. Und dann, weil ich so klug war und nicht richtig gemessen habe und alles, habe ich mir die kleinen, ähm, Cabochos bestellt. Und als es dann kam, voller Freude festgestellt, dass es gar nicht passt. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit den kleinen anfangen kann. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich da noch, ähm, so kleine Fassungen mir hole. Oder ob ich sie vertausche oder so. Jetzt habe ich mir, ähm, ähm, als ich das gemacht habe, habe ich gleich in meinen Warenkorb rein. Und habe jetzt endlich die richtigen und die passen richtig schön. Bin ich voll froh, dass ich jetzt die richtigen habe. Äh, und die haben, das sind 30 Stück und die haben die Nummer, weil wir noch wissen wollen, die, ähm, von den Anhängern waren zwar nicht dabei, aber kann ich euch trotzdem mal die Nummer erzählen. Wenn es die Nummer noch ist, müsst ihr mal probieren. Was ich noch vergessen habe, ist, ich habe mir noch, ähm, so ein Kistchen bestellt. Mit 1.500, ähm, Ringen drinne. Äh, das ist ein Kistchen mit verschiedenen, äh, Ringen, Größen und alles. Fängt bei 3 mm an. Und, ich weiß gar nicht, wann, wie weit das ist. Also hier sind ganz kleine, dann, und die werden dann immer größer. Die habe ich mir schon in Bronze bestellt, das letzte Mal. Aber, ähm, bei den habe ich nur, bei den Versilberten habe ich nur so große oder die. Und ich fand halt beim Anhänger finde ich halt so kleine, gerade wenn das so ein Übergang ist, viel schöner. Und das halt dann bei dem Anhänger, also so Schlüsselanhänger und so. Ja, und darum habe ich mir das mitgestellt. Ähm, hier ist noch die Nummer. Finde ich gleich selbst auch, dass das dann, ähm, 1.500. Das ist ein Haufen, also da komme ich erstmal richtig gut voran. Ja, und das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Advent und eine schöne Weihnachtszeit. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal.